Bei Alles Liebe suchen Single-Österreicher einen Partner und der Klaus hat auch ganz genaue Vorstellungen. Ich möchte von einer Frau geliebt werden. Ich möchte nicht von einer Frau geschlagen werden. Ich verspreche einer Frau, dass ich sie nicht schlage, dass sich immer mit ihr alles abbredet, was dazu gehört. Und auch bei den Frauen gibt es bezüglich dem Thema Sex ganz genaue Vorstellungen, womit der neue Partner so klarkommen soll. Singen, Tanzen und dann? Singen, Tanzen, ja. In der Früh habe ich nicht so gern Sex. Ab zwei Nachmittag. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen zu Alles Liebe von ATV. Wie immer habe ich euch natürlich den Link zur kompletten Folge in der Videobeschreibung verlinkt. Und tatsächlich ist das gerade auch eine Folge der fünften Staffel, die seit dem 4. Januar jede Woche mittwochs auf ATV läuft. Also ihr könnt die neuen Folgen entweder auf dem Link gucken oder sogar mittwochs im Fernsehen. Und das Prinzip von der Show ist relativ einfach. Es werden einfach in jeder Folge vier Österreicher vorgestellt, die leider immer noch auf der Suche nach der großen Liebe sind. Und wenn ihr mir ein bisschen Liebe schenken wollt, dann könnt ihr jetzt diesen Kanal abonnieren und mir auf jeden Fall einen Kommentar und einen Daumen nach oben dalassen. Und wenn ihr die Liebe in eurem Herzen sucht, könnt ihr mir natürlich auf Instagram schreiben. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Unser erster Kandidat ist der Klaus, der 36 auch, wenn ich ehrlicherweise gestehen muss, ich hätte ihn jetzt ein bisschen älter eingeschätzt. Und der Klaus, das ist ein richtig guter Tänzer. Und man muss ehrlicherweise sagen, der Klaus hat einen ziemlich starken Dialekt, den versteht man nicht ganz so gut. Aber ich probiere natürlich auch so gut wie möglich zu übersetzen. Denn er will auf jeden Fall eine Partnerin, die Kinder möchte. Also er möchte eine Frau, die ihm drei Kinder macht, die ehrlich ist und lieb. Und das ist ja eigentlich alles noch durchaus machbar. Und auch in seinem Altersbereich hat er sich schon festgelegt. Ich sage von 27 bis 38 Jahren, weil ich bin auch 36, würde mich freuen, wenn ich da die richtige Partnerin finde. Und falls jetzt hier in diesem Video sich irgendjemand oder irgendeine Frau verlieben sollte, ihr könnt tatsächlich über die E-Mail-Adresse allesliebe.atv.at, glaube ich, ich schreibe es sonst nochmal in die Videobeschreibung, euch melden und vielleicht werdet ihr dann ja wirklich auch ein Paar. Und kennengelernt hat der Klaus natürlich auch schon einige Frauen. Er hat es auch hin und wieder mal in der Diskothek probiert. Ich bin in den Diskotheken viel gewinnen, habe viele Frauen eingeladen und habe wieder eine Menge Menge nicht, die mag ich nicht und das und, und, und. Er hat wohl in den Diskotheken viele Frauen eingeladen, aber so richtig was geworden ist es nicht. Aber jetzt erzählt der Klaus auch ein bisschen was von sich. Und er ist nicht nur strebsam, wie er erzählt. Er könnte eigentlich auch bei Bauersucht Frau mitmachen. Ja, ich gehe zwar viel vor, ich trinke auch keinen Akkuh, ich bin sehr fleißig, weil nebenbei ich betreibe Forstwirtschaft. Also er ist sehr strebsam, sehr ehrgeizig, er arbeitet viel, er hat nebenbei auch noch eine Forstwirtschaft. Das hört sich auch nach ziemlich viel Arbeit an. Wie lange ging denn deine letzte Beziehung, lieber Klaus? Drei Jahre war ich mit übereinander. Drei Jahre waren es bei noch. Ja, und dann hat sie einen anderen gehabt, hat sie einen anderen Mann gehabt und sie hat mir bis jetzt nicht gesagt, warum das verneinander gegangen ist. Dann hat sie, weil sie mir gesagt hat, Klaus, du hast für mich nicht Zeit gehabt. Dann sage ich, ich habe ja die Zeit gehabt. Ja, und im Grunde sagt er, falls ihr es nicht verstanden habt, dass die Frau einfach irgendwann gesagt hat, ja, du hast keine Zeit für mich und dann hat sie sich einen neuen gesucht. Ob das jetzt der Realität entsprochen hat oder ob das vielleicht auch nur eine Ausrede war, das weiß man nicht. Auf jeden Fall ist diese Beziehung kaputt gegangen. Und dann bekommen wir einen kleinen Einblick da rein, was der so in seiner Forstwirtschaftstätigkeit macht. Und er ist auf jeden Fall ein gut bestückter Bauer. Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das sind doch die perfekten Bilder für Bauersuchtfrau. Vielleicht sollte der Klaus sich mal dort bewerben, aber erzähl uns doch mal, wie deine Traumfrau aussehen sollte. Blond, schlank. Sehr nett. Und das heißt, blond, schlank, das heißt, wenn eine ein bisschen fester ist, das war nichts für sie. Ist mir auch wurscht. Geht auch. Okay, sie soll also blond sein und schlank, aber wenn sie ein bisschen dicker ist, dann ist es auch kein Problem. Ja, stell noch mal eine Frage, um das vielleicht ein bisschen zu spezifizieren. Gibt es irgendwas, was Sie gar nicht wollen? Nein. Also, das ist egal. Das kann, die kann sozusagen übergewichtig sein. Das ist auch kein Problem. Nein, übergewichtig nicht. Ich sage um die 90 Kilo. Also, so hundertprozentig eindeutig ist der Klaus jetzt in seinen Aussagen auch nicht. Also, es ist ihm im Grunde alles egal, aber sie sollte nicht zu dick sein. Wobei 90 Kilo ja auch immer so ein bisschen schwierig ist. Wenn die Frau jetzt 1,50 groß ist, dann ist das ja was anderes, ähm, ja, als wenn, wie, wo, sie, äh, 1,90 groß ist. Ja, das, äh, war gutes Deutsch. Ähm, lieber Klaus, glaubst du denn wirklich noch an die große Liebe? Wo wir schon erreichen können durch alles, liebe, wenn wir sicher die richtige finden. Er hat auf jeden Fall große Hoffnung, dass diese Sendung ihm helfen kann. Und dann sehen wir auch noch mal einen kleinen Einspieler, wie der Klaus eben wirklich mit seiner Axt in den Wald geht. Aber ein Baum gefällt wird heute nicht. Lieber Klaus, was könnte denn noch wichtig sein für deine zukünftige Frau? Bist du denn ein eifersüchtiger Typ? Sind sie eifersüchtig? Ja, schon, wenn ich mit einer beieinander bin, dann schon. Also, er ist schon ein bisschen eifersüchtig und dann stellt der, ja, Mann von ATV im Hintergrund eine Frage, die schon ein bisschen gemein ist. Da könnte man sich natürlich ins Fettnäpfchen setzen. Wir gucken mal, wie der Klaus auf diese gemeine Frage antworten wird. Sind die Frauen da teilweise untreuer als die Männer, glauben sie heutzutage schon? Ja. Haben sie schon mal was gehabt mit deiner Verheirateten, oder? Nein. Also, er findet, Frauen sind untreuer. Jetzt könnte man natürlich Statistiken und irgendwelche erhobenen Zahlen rauskramen. Könnte sogar sein, dass Frauen statistisch gesehen häufiger fremdgehen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, für das eigene Leben zählt ja sowieso nur, was diese eine Frau dann macht. Und das kann man leider dann nicht in einer Statistik ablesen. Und mit einer verheirateten Frau hat er allerdings noch nichts. Er ist also auf jeden Fall, was das angeht, wohl ein Ehrenmann. Und er frönt auch den Drogen nicht so gerne. Rauchen tue gar nichts. Trinken tue gar nichts. Nie? Haben Sie nie was trinken? Nein. Warum? Am Land ist ja das meistens so üblich. Ich trinke keinen Alkohol nicht. Trink doch einmal lauter Wasser oder Mineral oder was. Ich trinke keinen Alkohol nicht. Generell nicht. Ich meine, jeder so, wie er das am liebsten möchte. Ich bin ja zum Beispiel auch Nichtraucher. Auch wenn ich jetzt nicht schlimm finde, wenn Menschen rauchen. Wie ist das denn bei dir, Klaus? Dürfte deine zukünftige denn etwas trinken oder auch etwas rauchen? Ja, sie kann schon rauchen. Sie kann auch was trinken, aber nicht viel. Was heißt das, nicht viel? Ja, dass sie nicht viel trinkt, sondern ein Seitel oder zwei, aber mehr auch nicht. Okay, damit haben wir schon mal einiges kennengelernt vom Klaus und ganz grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass er schon ein sympathischer und auch ein bisschen lustiger Typ ist. Aber wir wollen noch ein bisschen was aus der Vergangenheit erfahren. Wann hattest du denn deine allererste Beziehung? 21. Und wie lange hat die dauert? Drei Jahre. Was ist da dran gescheitert? Ja, ist mir wieder so gegangen. Was? Sie hat bei einem anderen kennengelernt? Ja, sie hat einen anderen kennengelernt. Und irgendwie scheint das bei dem Klaus wohl immer so zu laufen. Auch wenn das ein bisschen schade ist, dass auch seine erste Freundin mit 21 ihn nach drei Jahren hat sitzen lassen. Aber eventuell lernt er ja jetzt wirklich die Frau fürs Leben kennen und dafür gibt es dann auch nochmal einen allerletzten Aufruf. Liebe ist das Beste aus der Welt. Eifersüchtig bin ich auch. Ich möchte von einer Frau geliebt werden. Ich möchte nicht von einer Frau geschlagen werden. Ich meine, das ist auf jeden Fall eine relativ klare Vorstellung. Ich weiß auch nicht, ob es Menschen gibt, die gerne von ihrem Partner geschlagen werden. Also vielleicht, wenn ihr so alleine im Bettchen seid und eure perversen Sachen macht. Aber ansonsten glaube ich eher nicht. Und er sagt auch nochmal, wie seine Frau denn am besten aussehen sollte. Bei einer Frau schaue ich erst in Körper, Figur. Ob schlank ist oder mullig. Okay, um ehrlich zu sein, hat er jetzt nicht unbedingt gesagt, wie er sich seine Frau vorstellt. Er hat nur gesagt, worauf er als erstes achtet. Ich glaube, die Frau sollte nicht zu dick sein. Aber der Klaus, der bringt natürlich auch eine Menge positive Dinge mit. Ich verspreche einer Frau, dass ich sie nicht schlage, dass sich immer mit ihr alles abbredet, was dazugehört. Also das ist doch mal ein Versprechen. Der Klaus wird euch auch nicht schlagen. Wo findet man sowas heutzutage noch? Ich bitte eine Frau, liebe Melds, bitte bewirbchen für mich. Ich bin ein sehr fleißiger Mensch und würde mich freuen, wenn ich meine Lebenspartnerin finde. Ja, lieber Klaus, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Vielleicht hast du ja über ATV oder über dieses Video wirklich eine Frau gefunden, die sich bei dir meldet. Weiter geht es mit der nächsten Frau und die Birgit, die schon von einem etwas älteren Semester. Aber sie ist natürlich noch wundervoll in Schuss. Ich bin die Birgit, bin 65 und komme aus Mödling und suche einen guten, lieben Partner, also einen Pendant zu mir. Das ist auf jeden Fall eine relativ gute Ansage. Und dann sehen wir auch, was die Birgit gerne morgens nach dem Aufstehen macht. Die trinkt bei traumhafter Kulisse ihren morgendlichen Kaffee. Und man hat auch schon mal gesehen, dass sie raucht. Also da darf man dann auch keine größeren Probleme haben. Aber immerhin raucht sie draußen. Vielleicht macht sie das ja immer so. Ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Aber wie soll denn dein Mann sein, liebe Birgit? Ja, der muss ein netter, fescher, weltoffener, toller Mann sein. Und mich natürlich sehr schätzen. Ja, das ist eine Aussage. Ich sage ganz ehrlich, wenn man jetzt einen Partner sucht, die ist schon relativ nichtssagend, oder? Also grundsätzlich kann man da jetzt viel hineininterpretieren oder auch gar nichts. Es soll halt einfach ein toller Mann sein. Naja, machen wir erstmal weiter. Wie sieht das denn mit den vergangenen Beziehungen aus? Wo war der Mann in den letzten Jahren? Darum bin ich ja ewig alleine. Wie lange sind Sie schon alleine? 20 Jahre. Also 20 Jahre Single sein, das ist wirklich eine ganze Menge. Also bei mir ist es jetzt noch nicht so lang. Bei mir sind es so ungefähr 5 Jahre oder so. Aber 20 Jahre ist schon wirklich eine ganz, ganz große Zeitspanne. Aber woran hat es denn gelegen? Gab es denn keine Männer? Doch, einige. Aber ich habe immer dann doch irgendwie gemerkt, es passt doch nicht richtig. Ja, und ich muss auch hier ehrlich aus meinem Herzen sprechen und ganz ehrlich sagen, wenn man 20 Jahre lang Single ist und ich meine, die Birgit, die sieht ja jetzt auch wirklich relativ gut aus. Also das ist ja eine sehr attraktive Frau. Die scheint auch ein gutes Leben zu haben. Ich meine, ihre Wohnung sieht sehr dekoriert und schön hergemacht aus. Eventuell hat man da so leichte Probleme, sich zu binden, weil wenn man immer nach diesem Perfekten sucht, dann macht man sich vielleicht manchmal auch selber was vor. Wenn einem etwas missfällt, wie jemand dann reagiert, ob das mit einem Gesichtsverziehen oder Atmen ist. Ich kann das gar nicht definieren, wo ich mir dann denke, okay, ich schaue mir das mal genauer an und dann sucht man aber schon permanent Fehler. Dann bringt es ja sowieso nichts. Das bedeutet, wenn man bei der Birgit einmal das Gesicht falsch verzieht beim Reden, dann kann es schon dazu führen, dass sie die ganze Zeit Fehler bei dir sucht und du durchgefallen bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr kleinlich und eventuell hat man da auch eher ein bisschen Angst, sich von sich aus zu öffnen und sich einem Partner wirklich hinzugeben, wenn man auch schon so lange Single war. Aber das ist natürlich jetzt nur aus der Ferne erzählt. Liebe Birgit, du warst aber schon mal verheiratet. Ist das richtig? Wie lange waren Sie verheiratet? Zwölf Jahre und das ist halt gescheitert. Das weiß ich nicht. Haben Sie Kinder aus der Ehe? Einen Sohn. Und haben Sie noch Kontakt zum X-Mann? Nein. Okay, also wir haben eine gescheiterte Ehe. Ich meine, das kann passieren, kein Problem. Dann haben wir 20 Jahre lang Single und einen sehr, 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 sehr schwierigen Filter, durch den Männer erst mal irgendwie durchkommen müssten. Was sind denn so die Männer, wo du sagen würdest, das sind die, die ich richtig gut finde? Dann Sean Connery im Alter, das finde ich, ist ein wunderschöner Mann. Christian Kolund, auch im Alter. Und Antonio Banderas, auch im Alter. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Menschen alle kennt. Ich musste die auch größtenteils googeln. Aber das sind alle Schauspieler. Das sind jetzt keine Extrem-Schönlinge, sondern eher so Charaktermänner. Aber trotzdem, das sind halt Schauspieler, das sind halt vielleicht auch so ein bisschen Stars. Das hat vielleicht nicht unbedingt ganz so viel mit der Realität zu tun. Aber das sind natürlich große Vorbilder und natürlich auch Menschen, die Charaktere in Filmen dargestellt haben. Die Frage ist immer, kann man das runterbrechen dann in die Realität? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber da bin ich so irgendwie fixiert. Ja, um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass das vielleicht für einen ganz normalen Mann fast gar nicht möglich ist, da irgendwie durchzudringen. Möchtest du vielleicht nochmal erzählen, falls jetzt ein Mann zuguckt, der dich gut findet, was muss er denn wirklich mitbringen? Ruhe ausstrahlend und mit den Augen lächeln. Das wäre schon schön, wo man sich auch so nur wenigstens gedanklich anlehnen kann, wo man sich so behütet oder beschützt fühlt. Und seien wir mal ganz ehrlich, mit diesen Anforderungen sollte es eigentlich nicht ganz so schwierig sein, einen Mann zu finden. Ich glaube, da gibt es dann schon einige. Wenn ein Mann gut aussieht, sportlich ist, also so wie ich, ein gut gerichtetes Leben hat, dann suchen sich aber die Männer in meinem Alter, bis 70 geht es, suchen sich natürlich jüngere Frauen, die kriegen sie auch. Ja, und sie möchte keine jüngeren Männer und sie möchte aber auch keinen viel älteren Mann und da hat sie irgendwie das Problem, dass sie halt eben keinen Mann findet. Ich wünsche ihr natürlich ganz viel Glück, dass sie durch dieses Format einen Mann finden kann, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, sie müsste sich vielleicht dann doch auch noch ein bisschen besser den Männern gegenüber öffnen. Und was ihr natürlich auch sehr wichtig ist, auch im höheren Alter, möchte sie trotzdem immer noch so ein bisschen Sexiness und Sexappeal und ein bisschen erotische Stimmung. Aber da muss ja auch eine Anziehung sein, eine sexuelle, weil sonst ist er einfach wirklich mein allerliebster, allerbester Freund. Und ich meine, das kann man auf jeden Fall verstehen, dass er gibt ganz, ganz viel Sinn. Und sie möchte auch einfach einen Lebemann. Sollte man eigentlich finden können. Habe ich ganz gern, wenn ein Mann ein bisschen trinkt. Also so, wenn einer so absolut clean ist, also so gar nichts trinkt und gar nicht irgendwie das, weißt du, so ein bisschen was trinken mache ich auch manchmal. Am Abend so ein bisschen Rum oder einen guten Whisky. Und das war's dann. Das ist also die Vorstellung, die Birgit hat. Und eigentlich würde ich einfach mal sagen, da gibt es bestimmt ganz schön viele Männer, die durchaus Interesse hätten. Ich wünsche dir, liebe Birgit, auf jeden Fall ganz viel Glück bei der Suche. Und eventuell, gib dir mal einen Ruck und gib einem Mann dann auch mal eine Chance, auch wenn er sein Gesicht vielleicht ein bisschen komisch verzieht. Also wenn du glaubst, du bist der richtige Mann für mich, dann würde ich mich freuen, wenn du dich meldest. Wir machen weiter mit unserem nächsten Kandidaten. Und das ist der Gottfried. Der ist schon 71 Jahre alt, also noch mal ein bisschen älter. Und der ist auch ein ganz besonderer Charakter. Ja, hallo, ich bin der Gottfried, bin 71 Jahre alt und bin zurzeit wohne in Vellach. Und ja, und suche eine Frau zwischen 50, 40 und 50. Der Gottfried sucht eine jüngere Frau, zwischen 40 und 50 soll sie sein. Und der Gottfried, der möchte auch immer noch ein bisschen schakka-tschaka. Erotik, Mann, damit habe ich eigentlich noch kein Problem. Erotik ist für mich schon wichtig noch, ja. Und auch äußerlich soll diese Frau natürlich eine gute, gute Granate sein, damit es auch ordentlich Bumm macht. Sie ist halt super aussehen, gute Figur. Ja, und das reizt mich dann, ja. Ja, das ist der Gottfried. Meldet euch auf jeden Fall, falls ihr ihn kennenlernen möchtet. Und der Gottfried, der hat ein sehr besonderes Sammelhobby. Und wenn man seine Sammlung jetzt sieht, dann könnte ich mir vorstellen, da könnten die ein oder anderen Frauen schon schwach werden. Das sind für mich verbotene Träume. Wenn ich da die alten Nokia-Handys sehe, dann werde ich ja fast schon ein bisschen schwach. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Er sammelt aus irgendeinem Grund halt so alte Handys. Und er hat noch eine andere Leidenschaft, das ist das Motorradfahren. Deine letzte Beziehung, die war sieben Jahre lang, aber da ist leider einiges schiefgelaufen. Sieben Jahre, und was ist da gescheitert? Ja, das ist gescheitert durch... Pfff, ich hab halt ein bisschen zu viel ins Glas geschaut. Ja, der gute Alkohol, der hat da ein paar Probleme bereitet, aber das hat er jetzt alles wieder im Griff. Das sollte kein Problem mehr darstellen. Und deswegen sucht der Gottfried noch eine Frau für das Rest des Lebens. Für den Rest des Lebens. Für den Rest. Mein großer Traum wäre, wenn ich jemanden finden würde, der genauso ist wie ich, dass wir gemeinsam den Rest des Lebens verbringen könnten. Ja, was soll man dazu sagen? Liebe Frauen, meldet euch! Und damit sind wir bei unserer letzten Kandidatin angekommen, die Daniela. Und die hat einen ganz bestimmten Nachnamen. Und die ist sehr künstlerisch unterwegs. Hallo, mein Name ist Dani Kennedy. Ich komme aus Kapfenberg. Und ich suche einen netten, lieben Partner, der sehr liebevoll ist, der für meine Kunst das übrig hat. Und ja. Und man hat im Hintergrund schon ein Bild gesehen und davon malt sie wohl mehrere. Und anscheinend lebt sie auch genau von dieser Kunst. Aber leben Sie jetzt von Ihrer Kunst oder von was leben Sie? Ja, ja. Von den Bilder verkaufen? Ja, Bilder verkaufen, ja. Was kostet so ein Bild? Ja, 500 bis 5000. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte das leichte Gefühl, dass sie eventuell nicht ganz alleine nur von den Bildern lebt. Und auch diese Preisrange, die fand ich ein bisschen komisch. Aber sie hat das dann in der Folge auch nochmal genauer erklärt, dass das daran liegt, wo man solche Bilder verkauft und für wen und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie aber auch noch andere Hobbys, wie zum Beispiel das Singen. Sie ist eben eine sehr künstlerische Figur, Person. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky. Hey, hey. Cheap ist das Singen. Hey, hey, Vicky. Die Wikinger. Das hört sich grässlich an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Singen kann sie ganz besonders toll. Das war wirklich absolut großartig. Da weiß ich gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Ich suche einen Mann, der soll breitschuldig sein, humorvoll, liebevoll, ein Machertyp. Wie der bislang geht. Ja, aber wenn ich das so so schaue, schaut so aus, wie wenn ich so ein Goldtigger wäre. Ja, er soll schon was haben. Das bedeutet, wenn ihr die Daniela kennenlernen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen Geld im Portemonnaie haben. Da war ich dann natürlich schon mal komplett raus. Da habe ich leider keine Chance. Und auch beim Alter kann er ruhig ein bisschen älter sein. Also bis 65. Oder? Beginnend? Wenn er gut ausschaut mit 70. Also 70 ist er. Nein. Beginnend mit? Beginnend 50 oder 48 oder so. Ja, die Daniela ist 45 und sucht einen Mann zwischen 48 und 65. Das ist auf jeden Fall eine große Range. Da kann man, denke ich, einiges kennenlernen. Und die Daniela hat auch so eine gewisse Vorstellung, wenn sie dann mit ihrem Mann morgens aufwacht, wie es dann weitergehen soll. Wir stehen auf, wir tanzen einmal. Hey, Baby, wir tanzen heute. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Tanzen! Yeah, yeah. Tanzen, tanzen. Ole. Und Sex, den gibt es erst ein bisschen später. Singen, tanzen und dann? Singen, tanzen. Ja, nein, in der Früh habe ich nicht so gern Sex. Ab zwei Nachmittag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Daniela, die ist wirklich auch eine sehr interessante Frau. Sie hat übrigens noch erzählt, dass sie Kennedy mit Nachnamen heißt, weil sie mal in Amerika ein Kennedy geheiratet hat. Und das soll wohl irgendein Mann gewesen sein aus der Familie Kennedy vom Präsidenten. Aber was das jetzt genau war, Cousin, ersten, zweiten, dritten, fünften Grades, man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, wenn ihr sie kennenlernen wollt, dann schlagt zu. Hallo du, wenn du dich angesprochen fühlst und mich kennenlernen willst und großzügig bist und liebevoll bist, dann freue ich mich, wenn du dich meldest. Also, wenn du ein Mann bist und ein bisschen Geld hast, dann melde dich gerne bei der Daniela. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir am Ende von diesem Video. Das ist mal ein kleiner Test, weil dieses Format ist wirklich was komplett anderes. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall Feedback in den Kommentaren da. Ob noch eine Folge dazu kommt, weiß ich noch nicht. Wenn diese Folge natürlich sehr gut ankommt, dann würde ich vielleicht auch nochmal eine zweite machen. Schauen wir einfach, wie das Leben so spielt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem der anderen Videos auch wieder. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!